Was geht ab, man? Alles fit? Alles fit. Oh, Alter, was geht ab, Leute? Mit Tatja am Start. Wir testen heute Läden, die wir vor dem Hype getestet haben. Mal schauen, was die so können, ob die sich verbessert haben. Aber es läuft jetzt mittlerweile bei denen. Und das freut uns sehr. Als wir gekommen sind, war da keiner an dem Tag. Das war ein Kulo, Baby. Die haben jetzt ein Sandwich des Monats eingeführt. Ehrlich? Ja, man. Sehr gut. Wir haben zwar schon alle Monate verpasst. Aber ja, finde ich interessant. Gehen wir mal rein. Jetzt gibt es hier so Neues. Was geht ab, Jungs? Der beste Sandwich-Laden in München. Ja, hoffentlich. Wie läuft's so? Alles gut, alles gut. Wie läuft's? Wie läuft's seitdem? Wie läuft's? Ja. Wie läuft's? Wie läuft's? Wie läuft's? Wie läuft's? Wie läuft's? Wie läuft's? Was gibt's Neues? Jeden Monat? Ja, das habe ich gesehen, ja? Genau. Was ist diesen Monat am Start? Hummus. 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 Das bedeutet... Hummus. Hummus. Größer geworden. Größer? Größer? Ja. Updates. Okay. Wann war's jetzt ab? Wann war's jetzt ab? Wann? 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 Nach Wiesen immer kurz? November. Ja, also kurz nachdem wir auch gemacht haben. Ja, genau. Ja. Und dann haben wir jetzt halt geguckt, das war schon immer ein bisschen was loszufinden. Ja. Witzig hören sich hier mal gut zu. Ja, ja. Wir haben uns gedacht, wir kommen da vorbei und schauen, wie es euch so ergangen ist. Nice, nice, nice. See you. Nein, wir waren hier nach der Öffnung. So. Das sind glaube ich so Kollegen von John. Achso. Enter the Dragon Leute sind das. Ja, Mann. Und die haben jetzt hier... Dann war das November. Ja. Also Burt ist größer geworden, Leute. Eigentlich hätten wir uns vielleicht einen teilen sollen, weil... Danach gibt's noch einen Spot. Äh, ich schaff das schon. Oh, okay. So. Was hab ich genommen? Zähnlich ist das Monat, gell? Ja. Vegetarisch mit Hummus. Genau, mit Hummus. Mehr hab ich nicht mitbekommen. Rucola. Ah, Glühgemüse. Granatäppel. Genau. Schön saftig. Das weisst du doch noch gar nicht. Es schaut doch saftig aus, Mann. Warte. Okay. Thank you, Sir. Schön. Das letzte Mal hatten Sie diesen Subway-Ofen nicht, gell? Nein. Das war... Das heißt... Ach so. Ah, ja, ja. Ich merke schon. Fühlt sich geil an. Und das Brot? Ja. Alter. Das ist echt eine geile Konsistenz im Brot. Ich finde Prisket. Ja. Mhm. Mhm. Die sind einiges besser geworden. Ja. Ein gutes Upgrade, Mann. Das ist ein gutes Upgrade, ja. Mhm. Ich mag die Konsistenz vom Brot auch, ja. So ist das gut. Mhm. Mhm. Das ist wirklich ein solides Sandwich. Mhm. Tarte, ja. Meinen ist am Start. Das letzte Mal die Pinienkerne vergessen. Hahaha. Oh mein Gott. Die waren zu mit der Wüste, Leute. Auf euch, Leute. Doppelchen. Es ist echt alles teurer geworden. Zudem immer noch bei den, ich sag mal jetzt, Ketten. Aber so ein Laden, der sowas anbietet, das ist schon echt was. Das hat schon was von mir so. Mhm. Ist auch nicht ganz billig, aber es ist ein 30 Meter Wert. Schmeckt sehr, sehr gut. Für den 10er, für jetzt der Mittagessen, sag ich mal. Ja. Ist halt überall jetzt so. Ja, ja. Das ist der Punkt. Es ist alles hoher geworden, deswegen. Ich bin der Meinung, für Qualität und für Geschmack haben wir auf jeden Fall ein bisschen mehr Zeit. Krass. Der muss sich umhauen. Der muss mich jetzt aber umhauen. Der ist schon schön cremig, sieht man schon. Sehr cremig. Okay, der ist echt gut. Oh, okay. Der ist wirklich gut. Kann man nicht zeigen. Die machen es auch richtig hier schön. Ähm, Biskuit nicht komplett eingetunkt. Ja. Das ist wirklich gut. Auch, ähm, da muss man sich schmatschig. Sehr geil. Echt gut. Also. Mach's probieren. Sehr geil. Was hast du gerade gesagt? Auf Kümmer. Äh. Äh. Gar nichts. Nein. Es ist echt. Also. Es ist fast so gut wie meins. Oder vielleicht sogar reich. Also wirklich. Das ist mega. Wirklich. Stärke Worte. Wo ist der? Wo ist der? Aber. Ist jeder noch zugemacht? Wenn ich das sagen darf. Ja. Hast du gemacht? Aber ich bin Größe und Preis. Ich bin relativ. Also ich bin 14. Ich bin 4. Aber er ist perfekt. Also. Ja. Ich weiß, du musst auch Umsatz machen. Ja. Ja. Sehr geil. Sehr geil. Ja. Oh. Danke, danke. Oh mein Gott, ich hab gar nichts. So. Nix aus Top, Leute. So. Ich hab Klassi. Double Smash. Pommes für alle. Sonst. Das war eigentlich nicht viel. Es sieht ein bisschen anders aus. Mittlerweile. Ja. Pommes ist ein bisschen besser. 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 Nein, im über. Hier mit der Sosa. Ich esse pur. Ich esse pur. Also du isst pur. Okay. Du musst erstmal den puren Geschmack und die Knuspigkeit und Konsistenz abchecken. Ja. Wir sind besser. Immer noch nichts erwähnendes. Ich bin mega gespannt jetzt. Der sieht echt leblos aus bei mir. Schau. Ich weiß ja nicht, man. Das ist schon echt total wenig. Also das Ding ist kalt. Blut ist kalt. Ja, das finde ich jetzt eigentlich beschmissen. Obwohl er aber schon getoast ist, aber. So wollen sie es nicht. Warum sind sie zu lange gewartet? Ja, aber selbst wenn sie warten, dann wäre es ja Zimmertemperatur. Aber meiner ist kalt. Wie aus dem Kühlschrank. Ja, haben sie wahrscheinlich nur auf der Innenseite getoastet. Nicht nur ungefähr. Okay. Ich würde ihn auch immer bei beiden Seiten pro Tag machen. Bei außen ist halt kalt. Ich mag die. Ich weiß nicht. Ich muss nur überlegen. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Wir kommen aus einer Smashburger Tour aus Berlin. Ich bin sehr gespannt. Daher schön ist Alkohol. Ich habe den Kühlschrank. Wir kommen aus der Nade dazwarte. Aber Sie sind sehr gut. Ich habe den Kühlschrank. Aber die Kühlschrank. Aber ich habe das gehört. Das ist ein Kostüm, aber es ist ein Kostüm. 9 Uhr? Ja, es ist ein Kostüm. Sehr kreis, das ist die Kostüm. Hast du es doppelt? Ja, doppelt. Kostüm an verschiedenen Stellen am Stadt. In der Mitte wird es besser. Aber in der Mitte ist es gut. Fazit jetzt. Hast du Zeit zum überlegen? Fangen wir mal mit den Bluten an. Die Stripes sind wirklich sehr gut. Die sind wirklich gut. Die machen sie selber. Der Teig ist jetzt keine Banade. Also mit Sendebrüchen oder sowas. Das ist ein Backteig oder sowas ähnliches. Die ist sehr gut, auch geschmacklich spicy und sachtig. Sehr gut. Pommes. Das ist auch schön zartes Fleisch. Oh, okay. Pommes. Wir sind glaube ich dabei geblieben, dass sie selber machen. Versuchen, zumindest. Die sind auf jeden Fall viel besser als beim letzten Mal. Beim letzten Mal die Katastrophe. Aber immer noch nicht topless. Also da fehlt es einfach. Da fehlt es einfach. Ja. Ja. Burger. Er war okay. Ja. Das Grot war am Ende mit dem Trufseck. Außerdem war es kalt. Fleisch war okay. Finde ich aber zu wenig. Es war viel zu dünn. Ich weiß nicht, wie viele Gramm es sind. Ist schon sehr, sehr wenig. So, die Jungs halten das Chicken. Wenn sie so den Chicken Burger machen, dann ist das schon gut, glaube ich. Der Chicken Burger ist gut. Mit der Panage, mit dem Ding, dann ist das echt gut. Aber das Ding, also die Burger, die haben... Ja. Ich weiß nicht. Nein. Es ist zu wenig. Einmal zum Beispiel mein Burger, der Dabbel war, dachte ich wäre ein Solo-Roll. Deswegen. Ich weiß, es ist... Es ist... Ja, aber es ist... Es ist zu wenig Fleisch. Richtig, ja. Es ist zu wenig Fleisch und es ist auch ein zu kleines Brot. Schaut mal, Leute. Sechs Stück 5,90. Aber zwölf Stück 13,90. Also hier kostet einer pro Stück weniger als ein Euro. Und hier ist es schon mehr als ein Euro. Und hier bei weitem mehr als ein Euro. Genau dasselbe mit den Chickens. So. Abschließende Worte. Wir haben eine Menge gequatscht. Ja, moi. Was soll man sagen? Das war okay. Ja, auf jeden Fall. Nein. Wie gesagt, Chicken ist sehr stark geworden. Chicken war krass. Chicken ist immer stark. Pommes ist verbessert, aber... Pommes ist auch verbessert. Aber... Geht immer noch krasser. Genau. Die arbeiten auch dran. Die geben auch alles, ja. Burger, der meinte neuer Koch, wird noch eingearbeitet. Genau. Wird noch eingearbeitet. Weil das Brot war ein bisschen oben kalt. Aber der muss ja einfach kurz umdrehen. Dann ist es auch geil. Fleisch ist eigentlich echt eine gute Qualität, ja. Menge kann man vielleicht ein bisschen erhöhen. So von der Dicke oder sowas, ja. Aber so an sich eigentlich schon echt ein guter Laden. Kann man nichts sagen. Vor allem Mittagsangebot sollte man sich vielleicht überlegen. Auf jeden Fall, man. Ja. Aber ja. Es ist... Also wenn die... Es hält sich in Wagen. Also... Ja. Also die verändern immer noch. Verbessern sich. Aber das Brot ist halt auch ein bisschen... Ein bisschen konstanter nach oben. Genau. Nicht ein bisschen so hier. Wie Krypto. Sondern den hier. Ein bisschen so hier. Langsam den hier. Ein paar Sachen gesteigert. Ein paar Sachen ein bisschen leicht schwächer geworden. Ja. Also wenn sich alles konstant steigert, dann auf jeden Fall. Auf jeden Fall, man. Schlecht ist es nicht. Erinnerst du dich noch an Y-Food? Ja. Da waren wir da draußen in so einem Park oder sowas. Ja. Bevor die bekannt wurden, haben die uns was zugeschickt. Wir haben sie getestet, man. Ach so. Bevor die bei Höhle der Löwen waren. Wir waren die ersten, man. Crazy. Tati erinnert sich, ja. Ja, aber das war jetzt krass. Das war krass, ja. Und jetzt ist ja ein Hype des Todes. Ja, man. Aber wo sie angefangen haben, vor Höhle der Löwen, da haben sie mich angeschrieben, ja. Der Sandwichladen. Okay, ja. Sag. Sandwichladen, ja. Der Sandwichladen hat mich echt positiv vorherschlagen. 20 zu heute. Cooler Tag. Also die beiden haben, also erstmal Sandwich gesteigert. Echt krass. Ja, wirklich sehr stark. Super geil. Tiramisu mega lecker. Wirklich mega lecker. Burgerladen auch gesteigert. Also haben ein paar Sachen geändert, verbessert. Aber ein paar Sachen fehlt es noch. Aber Geschmack ist top. Also ist gut. Kann man nicht mehr sagen. Weiter so. Und neuer Koch. Der muss noch eingehaut. Ja, definitiv, Alter. Ansonsten muss ich da mal aushelfen machen. Okay, ciao Jungs. Wir sehen uns. Bye, bro. Das war's von mir und Tati und Dimi. Welche Überraschung. Wir haben bei den Läden vorbeigeschaut, die wir vor dem Hype als einer der ersten, wenn nicht sogar die ersten, abgecheckt haben. Seitdem sind sie ein wenig gehypt und wir haben nochmal nachgeschaut, ob sie sich halten konnten, ob sie sich verbessert haben. Erster Laden, Funkudos, Sandwiches auf jeden Fall gesteigert. Zweiter Laden, Burgerstuben auch gesteigert, aber nicht so drastisch. Also die haben jetzt Double Smash und die Side-Tishes wurden stärker. Der Burger an sich wurde nicht stärker. Aber hey, Verbesserung ist Verbesserung. Das war's von mir. Wie man liken, subscriben, kommentieren. Folgt mich gerne auf Instagram, TikTok und meinem Krypto-Kanal, der Mine. Serious Business und Ciao.